Da überall hier kommen noch welche mit, aber ich glaube die fliegen ein bisschen weiter. Ne die kommen auch bei dir rein. Ich glaube bei mir sind noch welche runter. Auf dem Dach sind welche. Oh ich sehe halt einfach gar nichts. Die leckt halt das gut. Ich habe keine Muni mehr. Ja. Hast du alle? Tot gepackt. Ich weiß keine Muni mehr. Ne nur eine. Ne nur eine. Hier oben bei mir ist eine. Einer knocked. Draußen ist noch Bass. Wir sind dann hochgeholt. Hier rechts bei mir. Habe einen knock. Bin aber U low. Auch low. Ok. Hast du ihn? Ja. Ja. Bei mir wieder. Ich habe hier oben einen knocked. Und gleich wieder. Ok. Hier oben. Die sind tot. Hier unten ist geworden. Ja hier. Ich höre den irgendwo. Entweder in dem Haus. Entweder in dem Haus. Oder unten drunter. Was hier in dem Raum sind. Kein Schild mehr? Ja den. Ja mein anderer ist verblutet gerade. Dann passt das. Er hat ihn. Ich bin dead übrigens. Ich komme ich komme ich komme. Muss ich Nades werfen zu dir? Oh shit. Alter Wingman. Ich krieg's kotzen. Geht nichts rein. Wo ist die am Stein? Die ist hier direkt. Die ist direkt hier. Ok. Ich krieg's das von hinten. Es knocked einer. Da kommt noch einer. Ja ich brauche die. Gleiche Richtung. Ich brauche die jetzt Hilfe. Von der Seite. Kannst du jetzt beschließen. Es guckt nicht auf dich. Ah da kommt noch einer. Da kommt einfach mal. Achtung hinter dir. Oh shit. Oh ich hab nichts mehr an Leben. Nice. Oh mein Gott. Ich hab's gesehen ey. Und er ist dabei. Oh shit. Oh ich hole dich jetzt. Ein bisschen Leben habe ich schon mal. Oh nein. Wieso treften die. Wieso können die mich nicht mal nicht treften die ganze Zeit. Das ist ja krass doch. Ich glaube der ist hinterher. Die alte scheiß Grave hab ich gesehen. Ja die kommen schon jetzt. Fuck. Ich hab nur Schild gerade. Yo Dabi. Hey. Moin moin. Wo waren die? Könnt ihr gerne klippen Leute. Oh. Hier ist einer in der Ecke bei mir. Hier ist einer in der Ecke bei mir. Reloading. Enemy down. Ich hab da meinen 360 gemacht. Vor gestorben ist. Ich glaube die sind eher dahinter oder? Es sind übrigens nur noch zwei Squads und müssten die letzten sein. Ah ja die sind da oben. In den Buschhäusern ja. Ich geh direkt hoch. Hier links. Oh der ist unten gewesen. Wir sind. Wo ist denn das andere Team? Wo campst du gerade Grinny? Hey. Ich hab einen genockt. Aber die ist drin. Ich komm. Ich komm. Gibt mir nen Lucky Header. Bei den Lucky Schuss im Ding. Oh. Wieso ist die Tür zu? Ich hab die Tür gemacht. So. Geh da hin. Dann kommt ihm hin. Wissen wir mal. Die sind weg. Aber jetzt kommt die andere. Anfahren. Ich muss weg. Ich muss weg. Ja die findest du nicht. Ich hoffe mal unser Maid macht mal was jetzt Ja unser Maid keine Ahnung was der macht Der haut ab Der holt mich jetzt glaube ich Ja der holt mich sogar Oder? Leute holt er dich? Nee Ich hab einen Knocked hier Alles gut Die ist low hier unten Die ist one shot Du hast die grad zweimal getroffen Die ist immer noch nicht down Kann sein Mann kann der Maid mal was machen jetzt bitte Ey hat sie gedowned okay Hol die gerade wieder So jetzt ey GG Oh mein Gott Wenigst nach der einen gedowned hier ey Das wars jetzt die Runde Das war ja Das müsste jetzt das 100er sein Geile Runde Mann Ja doch ja 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 reicht das Wuuuuh 100 Junker Jahrhundert Junker Wut Ich habe mich verstanden Und das was bothering me.